Wer einen 5,40 Meter Kastenwagen sucht, der ideal ist für Autarkie, der sollte sich diesen Vantura 540D anschauen. Hallo und herzlich willkommen bei CamperKaufenTV. Moin Moin aus Hamburg bei absolutem Sheetwetter. Prädestiniert für Autarkie ist er dank seiner serienmäßigen Dieselheizung. Zusätzlich wurde nachgerüstet 220 Watt Solar, eine 100 Amperestunde Lithiumbatterie und auch ein 1500 Watt Wechselrichter mit Netzvorrangschalter. Sprich, über alle Steckdosen im Fahrzeug hat man Zugriff auf 220 Volt und man hat einen Kompressor-Kühlschrank, damit auch die maximale Kühlleistung, egal wie warm es draußen ist. Weitere Highlights der Wohnmobilausstattung sind sowohl der Ladebooster als auch das Truma CP Plus bedient. Der Ventura verfügt sowohl über das Chassis-Paket Plus als auch das Komfort-Paket. Dieses beinhaltet unter anderem eine Klima-Automatik, Remi-Fahrerhaus-Verdunklung, Vorverkabelung für SAT-TV, 16 Zoll-Räder, Nebelscheinwerfer, zusätzliche Lautsprecher im Heck, Lederlenkrad oder Leder-Schaltknauf und Lenkrad-Fahrmbedienung. Basis ist Fiat Ducato mit 140 PS Schaltgetriebe Euro 6. Doch kurz zur Historie. Erste Lassung war 11 2020. Der aktuelle Kilometerstand ist 22.743 Kilometer. Erster Besitzer war eine Privatperson, die das Fahrzeug ca. 5000 Kilometer fuhr. Die aktuelle Verkäuferin erwarb das Fahrzeug im Februar 2022 und rüstete Marquise Solar liegt zum Wechselrichter bei dem Händler nach wo sie das Fahrzeug gekauft hat. Zum Verkauf wird die Inspektion und der TÜV neu gebracht. Der Ventura steht ab sofort zur Verfügung und kann kurzfristig abgegeben werden. Wie immer ist das Video im Kapitel unterteilt. Wir starten innen bei dem Fahrzeug. Danach machen wir einen Außenrundgang, schauen uns den gesamten Pflegezustand an, die Ausstattung des Fahrzeuges und zum Abschluss gibt es noch ein Fazit. Den Preis und die Details zu den technischen Daten finden Sie in der Beschreibung bei YouTube und auf meiner Webseite. So, schauen wir uns das Fahrzeug einmal von innen an. Elektrische Schiebe, Önterstufe hatte ich schon erwähnt. Selbstredend liegen geht er dabei. Auch in einem tadellosen Zustand. Werfen wir zunächst einen Blick in den Innenraum. Klassischer 5,40 Meter Grundriss, sehr helle Polster, erweiterbarer Tisch. Oben ein großes Panoramafenster mit Kugelfenster, davor ein Stauraum. Wir haben dann das Kompaktbad. Hinten eine offene Lichtachse, damit der Kühlschrank nicht im Raum steht. Und hinten das große Querbett mit 1,40 Meter Breite. Schränke haben wir sowohl rechts, auch links, als auch hinten über dem Bett und also über der Hecktür. Und oben drüber auch ein vernünftiges, richtig helles, komfortables Hebelkippfenster. Ja, tut mir leid, wegen dem Wetter, da haben wir erst einige Wassertropfen hier drin, durchs Rein und raus. Blieb leider nicht aus. Aber man sieht, der Pflegezustand des Bodens ist absolut in Ordnung. So, schauen wir mal im Fahrzeug. Wie gesagt, oben drüber eine große Ablage. Schauen wir uns den Beifachersitz an. Sehr gepflegt, sehr angenehmer Stoff. Leder, Kunstleder dort in dem Bereich, wo man mit der Kleidung schon mal über die Kanten rüber geht. Also sehr vernünftig, sehr hochwertig gemacht. Das Gleiche gilt hier auch für die Sitzbank. Den Tisch kann man sehr gut herausschwenken, so dass man vorm Beifachersitz, Fahrersitz den Tisch hat. Somit auch richtig Ablagefläche für so ein kompaktes Fahrzeug. Hier, da muss man ganz leicht mal kurz nachkleben. Ansonsten die Oberfläche in Ordnung. Und hier ist noch ein kleiner Kratzer. Ich weiß gar nicht, sieht man es. Genau, da ist noch ein kleiner Kratzer drin. Aber wir gehen in die Totale. Hier sind die Kanten auch vollkommen in Ordnung. Und man klappt die ganz weit weg. Wichtig ist, es ist ein ganz klares Zwei-Personen-Fahrzeug. Man kann dort kein Weitungsbett bauen. Oben drüber haben wir Klappschränke, sehr hochwertig verbaut. Dann, was nachgerüstet wurde, hier so ein Magnetpad, wo man dann Gewürze schon mal reinpacken kann. Und damit sind wir dann eigentlich thematisch auch schon in der Küche. Kommen wir noch kurz zu den Klappen bei der Sitzgruppe. Wir haben hier in dem Boden so ein Einlass, was man als Stauraum nutzen kann. Und hier unter der Sitzbank sitzt einmal die Elektrik und das Froststurz-Spoiler-Ventil. Den Wechselrichter haben wir am Beifahrersitz mit Netzvorrang-Schaltung. Das heißt, über jeden 220 Volt. Steckdose haben Sie auch 220 Volt. Und die 100 Einmalstunden Lithium-Batterie ist gerade am Beifahrersitz. Typisch Ventura ist auch, dass man die Sitzbank in der Breite erweitern kann. Das ist jetzt ausgefahren. Man greift da runter. Moment, jetzt haben wir den Griff. Und schiebt dieses dann wieder zusammen. Schon ist es dann wieder bündig. Ich hoffe, die Regentropfen hört man nicht im Video. Kommen wir zur Küche. Oben drüber, Küchenschrank mit zusätzlicher Ablagemöglichkeit. Darunter individuell nachgerüstet für Küchenrolle. Dann zwei Flammenherden mit Pilze-Zündung. Die Möglichkeit, die Arbeitsfläche zu erweitern. Und das Schöne ist, es ist auch komplett eben. Dann haben wir hier drei Schubladen. Unten eine Ruhe. Alles gleichgängig, wo man Töpfe und so reinpacken kann. Fahrzeug wird natürlich ohne Inventar abgegeben. Und das Fahrzeug ist kurzfristig verfügbar, da die Verkäufer sich ein neues Reisemobil gekauft haben. Der Wechsel geht jetzt nun zum Teil integrieren, weil einfach das Nutzungsverhältnis deutlich sich geändert hat. Ansonsten würden sie den niemals abgeben. Eben ein Schrank in den, einen Blick in den Oberschrank. Also da kann man richtig gut stauen. Hier haben wir Licht. 12 Volt, 220 Volt. Vorne ist der Temperaturfühler. Werfen wir einen Blick in die Spüle. Absolut gepflegter Zustand. Und zwei Flammenkocher mit elektrischer Zündung. Ohne Beschädigung. Man sieht aber auch, er wurde gebraucht. Das ist ein Wohnmobil, womit man halt wie gesagt sehr gut autark sein kann. Und dann kocht man halt auch gerne im Fahrzeug. Hier haben wir einen Kompressorkühlschrank. Die Größe wird angegeben. Tut mir leid, wenn jetzt ein bisschen wenig Licht da in dem Bereich zu sehen ist. Läuft bequem dann über Strom. Und wir haben hier noch so eine Art Apothekerschrank, wo jetzt hier mit so einem Hängesystem gearbeitet wurde. Man kann dort allerdings das auch als Kleiderschrank, sowas ursprünglich vorgesehen, oben mit der Stange, dass man da eine längere Kleidung reinpacken kann. Ansonsten haben wir dann schon gleich den nächsten Bereich, nämlich den Schlafbereich. Wie eingangs erwähnt, hinten hinter eine Klappe, wo richtig gut was reinpasst. Was auch sehr schön ist, ist hier, dass dieses Fenster lässt sich in jeder Höhe positionieren. Also aufstellen und ist dann auch sofort arretiert. Da kann nicht der Wind hintergehen. Und auch große Staufächer mit zwei Ebenen und Rüttelkante. Die selber drunter gehen, damit sie wirklich richtig Platz da drin haben. Zum Staunen. Auf der Fahrerseite gehen tiefer. Da geht man davon aus, dass die Leute die Füße haben. Perfekt. Und dank dem Fenster, der Beifahrerseite in zwei Fenster hinten und dem großen Fenster oben, hat man auch ordentlich Licht. Zum Pflegezustand nochmal zusammengefasst. Ich habe hier drin keinerlei Beschädigung gefunden. Da haben wir übrigens noch den Solarregler. So, dann haben wir eine Heizung. Dieselheizung, die bequem hier einstellbar ist. Ein-It-Ready. Gegen ca. 250 Euro Aufpreis. Jetzt nageln Sie mich bitte nicht fest. Kann man das auch noch erweitern, dass man das Fahrzeug vom Handy aus steuern kann, die Heizung. Man hat eine Temperaturvorwahl drin. Man hat hier Wasser. Off, Eco, Hot und Boost. Boost bedeutet, dass die Heizung dann die Heizleistung komplett aus Wasser geht und nicht mehr auf den Innenraum. Hot und 60 Grad. Eco ist ideal für Kinder, dass sie sich nicht verbrühen. Und hier hinten haben wir noch einen Ventilator in zwei Stufen. So, dann haben wir daneben das ganz normale Bedienpanel. Wie man das kennt, den Frischwassertank etc. pp. Und hier den Hauptlichtschalter. Erst not least kommen wir zum Bad. Hier kann ich gleich nach zwei Besonderheiten erwähnen. Zum einen, normal arbeitet man oben mit dem Duschvorhang. Die Besitzer haben nie in dem Fahrzeug geduscht. So, sie haben hier die Möglichkeit, Handtücher hinzuhängen. Sehr großen Spiegel. Ich schwenke mal nach unten. Ein vernünftiges Waschbecken. Natürlich ist bei 5,40 Meter alles ein bisschen kompakter. Toilette. Und da unten die Duschwanne. Geht man da ran. Die ist immer ganz wichtig. Ohne irgendeine Beschädigung. Eine Sache, die hier gerade noch nachgerüstet wird, weil hier eine individuelle Lösung gab. Vor allem Fenster. Das Fenster hat ja leider kein ist nicht blickdicht. Es gibt dafür eine Jalousie. Da sieht man auch die Vorbehrung. Die wird wieder angebracht. Die Jalousie wollten den Besitzer selber nicht nutzen und hatten deshalb dort mit einem Vorhang gearbeitet, der direkt davor hing. Also das wird aber noch entsprechend eingebaut. Ansonsten bezüglich Stauraum haben wir hier oben einmal. Nochmal die Möglichkeit entsprechend das zu nutzen. Auch dort in dem Bereich ist da einmal Licht. Dort ist die Dauerbelüftung. Für die Toilettenrolle haben wir dort. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Fach, was womit liegt. Wenn Sie übrigens für so ein Fahrzeug an Sogsystemen vermissen. Sprich die Entlüftung der Toilette und dass man auch eine Chemie arbeiten kann. So etwas kann man für ca. 300 Euro nachrüsten. So schauen wir uns den Ventura 540 D jetzt einmal von außen an. Basis ist Fiat. Ist nicht bei allen Modellen so. Es gab auch welche auf Peugeot und Citroën. Wir haben verbaut den 140 PS Motor und unten drunter 16 Zoll Stahlfelgen. So schauen wir uns von den Frontstoßstangen an. Nebescheinwerfer hat der Serie. Keinerlei Beschädigung in den Außenspiegel. So wo wir Beschädigung haben. Da müssen wir uns noch mal unterhalten. Ist Steinschlagschaden. Hier ist einer. Und hier vorne ist noch ein kleiner. Im Regen sieht man es jetzt etwas schlecht. Da muss man dann nochmal drüber reden. Das muss natürlich fertig sein. So vorne kein Steinschlag auf der Motorhaube. Ist ein bisschen dreckig. Sieht heute bei dem Wetter. Es wird leider keine trockene Lücke geben, wo die Wolkendecke aufreißt. Deshalb jetzt ausnahmsweise mal im Regen. Oben drüber haben wir Markise. Gucken wir uns unten jetzt einmal den Schweller an. Wir haben auch elektrische Anstiegsstufe dabei. Keinerlei Beschädigung. Gucken wir uns oben die Fenster an. Die sind frei von irgendwelchen Kratzern. Auch hier bei der Fahrertür. Frischwassertank. Ganz wichtig bei diesem Fahrzeug hat man den Frischwassertank nicht im Fahrzeug, sondern unter dem Fahrzeug. Ist isoliert und beheizt. Der Grauwassertank ist auch unter dem Fahrzeug. Es wurde allerdings nicht das Winterpaket bestellt. Der ist nicht isoliert und beheizt. Der ist ganz klassisch. Oben haben wir eine Rückfahrkamera. Ein großes Fenster. Heosafe. Hinten an der Hecktür. Und einen Stoßfänger. Auch ohne Beschädigung. Kommen wir zur Fahrerseite. Hier haben wir Ablassventil. Dann Dieselheizung. Ganz wichtig bei dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat auch schon Dieseltank. Mit AdBlue. Auch hier die Fenster einmal schauen. Ohne Katzler. Sehr großes Badfenster. Und die Folierung. Typisch Ventura. Obendrauf sehen wir noch die 220 Watt Solaranlage. So wollen wir eben beim Thema Heosafe fahren. Hier haben wir einmal Heosafe auch an der Schiebetür. Und Fahrer-Wallfahrer-Tür. Wo wir auch gleich an der Stelle sind. Zeigen wir auch gleich mal. Verdunklos. Gitter. Hier von der Seite. Und das gleiche vorne im Frontbereich. Auch von rechts nach links. Schauen wir uns einmal in den Heckbereich an. Dank des Wassertanks unter dem Fahrzeug. Hat man wirklich sehr großen Stauraum. Verzurösen sind auch dabei. Und wie man sieht. Keinerlei Beschädigung jetzt unten am Boden. Ein sehr gepflegter Zustand. Oben die Matratze ist dreigeteilt. Hier mit so einem Mittelteil. Das kann man auch rausnehmen. Und das Ganze hier nochmal umklappen. Man hat dann so Zusatzholzer. Die man hier an der Seite runterklappen kann. Ich versuche das mal zu machen. Und die kommen dann dort hinter. Da muss ich nur das mittlere Element rausnehmen. Das Brett was hier fehlt. Das haben wir natürlich auch vorhanden. Liegt gerade nur in der Garage. So. Fenster haben wir einmal auf der Beifahrerseite. Natürlich mit Verdunklungsrenau. Dort zwei Lampen. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Tasche. Und ansonsten sieht man einen sehr offenen, hellen Grundriss. Zwei Besonderheiten. Oder zwei. Eine Besonderheit ist halt nochmal. Es wird auch mitgegeben ein Thermovorhang für die Hecktür. Der kann da oben eingeknopft werden. Und hier haben wir die Kurbestange für die Thule Markise. Schauen wir uns einfach noch das Fahrerhaus an. Lederlenkrad, Fernbedienung, die Chrom-Applikation. Bei Ventura hat man eine recht hochwertige Ausstattung. Sieht man auch daran, dass man eine Klimaautomatik hat statt Klimaanlage. Ein sehr großes Navi-Typ wird angegeben. Dann haben wir Bergabfahrassistent, Traktionskontrolle, USB-Device, 12-Volt-Anschluss. Und auch daneben der Schalter zum Umschalten, dass das Radio auch ohne Zündklüssel zu verwenden ist. Hier oben schon bei diesem Modell, Moment, auch die Möglichkeit hier schon das Handy einzuklemmen. Und wie bei Fiat üblich, das Handschuhfach da oben wird mit gekühlt oder erwärmt. Hier haben wir noch nach hinten die Halterung drin und wir haben auch eine Fernsprecheinrichtung. Selbstverständlich ist das Navi auch über Bluetooth mit dem Handy zu verbinden. So, hier sehen wir nochmal die Klimaautomatik. Darüber das Navigationssystem. Sehr großes Display, super Kontrast. Hier also noch ein Blick in die Kamera. Man kann exakt rasieren, man hat eine sehr gute Übersicht. Ja, kommen wir zum Fazit. Für wen ist dieses Fahrzeug was? Wer wirklich einen kompakten Van haben möchte, 5,40 Meter Länge. Man kann fast überall parken, wo man mit normalen Pkw auch parken kann. Dennoch vernünftig Platz. Man hat hinten ein Querbett mit 1,40 Meter Breite, was in dieser Kategorie auch nicht immer selbstverständlich ist. Wir haben die Dieselheizung. Wir haben dadurch einen Unterflur-Wassertank. Dadurch einen riesigen Kofferraum oder eine riesige Garage unter dem Doppelbett hinten. Solar-Litium-Kompressor-Kühlschrank. Wechselrichter. Also wirklich ideal auch als Büromobil zum Freistehen. Ein Top-Fahrzeug. Insgesamt dank dem Comfort Plus-Paket auch eine hochwertige Ausstattung. Wenn Sie Interesse am Fahrzeug haben, bitte eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug sehr schnell verkauft wird. Das ist eigentlich ein sehr beliebtes Modell und bietet deutliche Vorteile. Gerade dank der Dieselheizung gegenüber so manchen anderen Fahrzeugen auf 5,40 Meter Basis. Und dank Lithium ist auch wirklich für die Zukunft und so alles schon drin. Inspektion wurde neu gemacht. Bei Interesse eine E-Mail, rufen Sie mich an. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.